Willkommen zurück bei Donkey Kong Country Tropical Freeze im letzten Part haben wir natürlich noch alles abgeschlossen im Emmentaler Stoller. Ich habe noch das letzte Puzzleteil geholt und jetzt geht es ab in 2-B Handkäs mit Ratzfatz. Gibt schon wieder ein bisschen Käse, also ich bin ein absoluter Käseliebhaber. Wirklich, also ich könnte wirklich nichts anderes essen außer Käse. Richtig verrückt danach. Am besten ist natürlich Käse-Fondue einfach nur ein Traum. Aber ich könnte mir mal wieder eins machen. Ich könnte mir mal wieder eins machen eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. So, dann schauen wir mal was es denn so gibt in diesem Handkäs mit Ratzfatz. Ach komm, was soll denn das jetzt? Und schon gleich den ersten Treff einkassiert. Ich habe eigentlich noch gar nichts gemacht. Aber da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber wie komme ich denn da am dümmsten hin? So, jetzt, oder? Ja, tatsächlich. Hier gibt es ein Bonus-Level. Und das werden wir uns natürlich auch ganz schnell, werden wir uns das Puzzleteil hier ergattern. Denn das ist ja immer unser Ziel, alle Puzzleteile einzusammeln. Und zwar jetzt wirklich, im letzten Part war es das erste Mal, dass ich ein Puzzleteil reinschneiden musste, dass ich es nicht auf Anhieb gefunden habe. Aber war auch wirklich nur so, weil ich die falsche, ja, weil ich das falsche Fass benutzt habe. Hätte ich das richtige Fass benutzt, hätten wir natürlich nichts schneiden müssen. Aber okay, okay, man kann ja mal schneiden. Ist ja nicht so. So, okay, der Bonus wird erledigt. Da ist nichts mehr drin. Aber hier sind wirklich ganz viele von diesen... Oh nein, es ist ein Raketen-Level. Es ist ein Raketen-Level, das erste überhaupt. Und wir stürzen doch gleich mal rein und dann schauen wir mal, was denn da so abgeht in diesem Raketen-Level. So, am besten gleich alles sammeln. Ah, dafür gab es jetzt leider noch nichts. Und die Raketen-Level sind ja natürlich wieder nicht so leicht, wie man denkt. Ah, das K. hätten wir auch sehr gut. Ja, und wie ich gesagt habe... Nein! Ach komm! Ach komm! Schon das erste Puzzleteil vergammelt. Na ja, dann machen wir es halt noch mal. Dann machen wir es eben noch mal. Hilft ja alles nichts. Müssen wir es eben noch mal versuchen. Den Bonus müssen wir an der Stelle nicht mehr machen. Den haben wir ja schon erledigt. Deswegen machen wir es jetzt einfach so von vorne. Also ich muss bemerken, über dem Käse ist dann das Puzzleteil und nicht unter dem Käse. Also nicht zur Münze, sondern zum Puzzleteil. Ja, ich habe es leider zu spät gesehen. Also ich konnte mich auch da nicht mehr retten. Selbst wenn ich es noch versucht hätte, da irgendwie hochzukommen. Ich hätte es, glaube ich, gar nicht gepackt. So. Okay. Jetzt ab. Jetzt ab. Genau. Und da ist das Puzzleteil. Perfekt. So. Zwei von fünf. Dann fehlen also noch drei. Okay. Oh mein Gott, hier wird ja mit Käse rumgeschmissen und alles. Aber was ist denn das für ein Käse? Ziemlich dunkel jetzt. Okay. Ah nein, ich habe was verpasst. Ach komm. Ach komm, ich töte mich gleich. Ich töte mich gleich. Dafür gab es bestimmt wieder ein Puzzleteil. Wenn ich das Level abschließe, müssen wir alles noch mal machen. Und das liegt nicht so in unserem Interesse. Deswegen machen wir es gleich noch mal. Aber es sieht schon wirklich spooky aus, oder? Kann man schon mal an der Stelle behaupten. Ach komm schon! Donkey Kong! Mach jetzt gefälligstes richtig. Ich wollte es doch gar nicht so machen. Ich wollte eigentlich davor noch runter, aber du hast mir das alles versaut. Du blöder Affe. Da trifft das Wort. Blöder Affe. Endlich mal. Genau die richtige Person, oder? Mhm. Okay, okay, okay. Ah, da war doch auch irgendwas. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, was da war. Ah, da unten ist Puzzleteil. Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich jetzt nicht in den Checkpoint geflogen. Denn ansonsten hätte ich das Puzzleteil sowieso nicht bekommen. Hätte ich alles noch mal von vorne machen müssen. Oh je, oh je, oh je. Also die Raketenlevel haben an Schwierigkeit wirklich extrem zugenommen. Wirklich. So, was war jetzt da unten? Das interessiert mich jetzt. Ach, da war das N. Okay. Damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet, dass da das N ist. Aber hier ist das Puzzleteil. Und somit können wir auch in den Checkpoint reingehen. Es fehlt nur noch das G und das letzte Puzzleteil. Okay, wir sammeln mal hier lieber alles. Ah, ich wollte es gerade sagen, wir sammeln alles ein, aber nee. Wir haben es verkackt. Wir haben sowas von dermaßen verkackt und natürlich auch noch das versaut. Ah ja. Es läuft doch einfach wie geschmiert, oder? Nee, das ist nicht. Oh Gott, und voll reingeflogen. Komm, Herzteil. Ja. Perfekt. Ja, komm schon wieder. Was soll denn das? Serious? Oh mein Gott. Ja, irgendwas werde ich verpasst haben. Normalerweise sollte ja jetzt schon das letzte Puzzleteil da sein. Kann ich mich doch irgendwie umbringen dann? Oder ist gegen Ende nochmal ein Puzzleteil? Ich weiß es eben nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Aber ich denke, ich muss mich umbringen. Nee, da hinten ist noch. Da hinten ist ein Puzzleteil. Ja, geil. Ja, wir haben alles. Wir haben alles. Ha, 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 ha. Doch noch alles geschafft. Ich habe jetzt echt gedacht, ich habe wirklich eins verpasst noch. Bei den ganzen Bananen, wo da rumgeschwebt sind. Aber nö, nö. Geht doch. Am Ende ist doch auch immer noch eine gewisse Chance da, dass sich da noch ein Puzzleteil verbirgt. Und genau so war es in dem Fall auch. Ha, 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 ha. Geil. Super. Dann hätten wir die zwei Buchstaben-Level erfolgreich beendet. Könnten auch jetzt direkt schon zum Endboss. Aber das wollen wir natürlich nicht. Denn wir wollen uns noch den anderen Leveln widmen, was es denn hier noch so gibt. 2-5 Luftschloss Romantik. Ja, dann lasst uns ein wenig romantisch sein. Und wir fliegen wahrscheinlich in einem Heißballon. Heiß Luftballon über die Alpen. Und können uns dem Schnee widmen. Mittlerweile hat es ja auch mal geschneit in Deutschland. Bin ich ziemlich kacke. Haha, muss ich ehrlich sagen. Ich hasse Schnee. Ich hasse Eis. Also nicht nur in Videospielen, sondern auch privat hasse ich sie ohne Ende. So. Ach, hätte ich den gebraucht? Hoffentlich nicht. Oh, hier hätten wir noch ein Fass. Hätten wir noch ein Fass. Brauche ich das jetzt oder nicht? Aber da fliegen Pinguine. Serious? Okay. Na, die sind ein bisschen dämlich aus, wenn die da oben so rumfliegen. Und dafür gibt's eine Münze. Wie Puzzleteile gibt's denn eigentlich? Ich schau gleich nach, wenn ich mal die Möglichkeit bekomme. Es gibt fünf. Okay. Also ist es am Anfang gar nicht so schlimm, dass wir noch kein Puzzleteil haben. Sollte natürlich jetzt dann mal auf jeden Fall eins kommen. Ansonsten haben wir wirklich eins verpasst. Alle Bananen mal mitnehmen. So, was bist du für ein, du dickbäuchiger? Naja. War nicht so toll, gell? So, gibt's hier irgendwas? Oh mein Gott. Sollte ich jetzt da alle Bananen einsammeln? Das schaffe ich doch nie. Oder? Doch, ich hab's geschafft. Aber dafür gab's nichts. Dafür gab's nichts. Da hinten gibt's nichts. Okay. Ja gut. Dann geht's wahrscheinlich hier ums ums Grabben, oder? Ja. Okay, zwei noch und dann noch... Ja, und dafür gibt's ein Puzzleteil. Geil! Geil, 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 geil. Danke. Vielen Dank dafür. Und ich merk schon, es ist richtig romantik in der Luft, wenn man das so sieht, oder? Oh, ist das nicht toll. Jetzt da so oben mit dem Menschen, den man am meisten liebt. Ha, herrlich. Herrlich. Gibt's leider hier sowas nicht. Ansonsten hätte ich das natürlich schon längst ausprobiert. wäre natürlich der Oberarme gewesen. So soll ich... Darunter? Ja. Ich gehe jetzt einfach mal darunter. Ah, dafür gab's auch ein Puzzleteil. Gar nicht so doof, gell? Ha, ha, ha. Mich kann man nicht mehr täuschen. Mich kann man nicht täuschen. Ich weiß mittlerweile alles, was ihr von mir erwartet, was ich machen soll. Und das werden wir auch jetzt machen. Kommen da irgendwo Bananen? Nicht? Okay. Dann ballern wir uns mal rüber. Und jetzt? Ach so, ich muss das platzen lassen. Okay. Okay, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll ich denn hier alles erwischen? Oh, das schaff ich. Nee, dafür kann's kein Puzzleteil geben. Dafür kann's beim besten Willen kein Puzzleteil geben. Denn ansonsten wärt ihr einfach nur irre. Ihr wärt krank. Wisst ihr das? Weil... Das schafft man nicht. Nee. Nee, also beim besten Willen... Wenn das jemand geschafft hat, alles einzusammeln... Aber ich sollte lieber nicht zu laut reden oder zu viel sagen. Denn es könnte tatsächlich nur ein Puzzleteil gegeben haben, wenn man das alles bekommt. Ich denk's jetzt zwar nicht. Aber mein Gott, es kann ja sein. Es kann ja sein, dass ich die Entwickler gedacht... Da unten ist ein Puzzleteil. Wie krieg ich das? Ach so. Okay, mit der Plattform geht's. Mit der Plattform funktioniert das. Aber da muss ich mich ducken. Duck ich mich mal lieber? Komm ich da hoch? Ja! Sehr schön. Okay, drei von fünf. Ja, gar nicht so schlecht aufgestellt eigentlich. Sollte man meinen. Komm, ich brauch alle Bananen. Komm schon. Yes, und dafür gibt's... Eine Münze. Toll. Wow. Was für ein schöner Preis. Also eine Münze hätte es jetzt nicht unbedingt sein müssen. Sondern vielleicht noch was bisschen Besseres. Okay, aber ich geb mich auch mit einer Münze zufrieden. Komm. Da oben ist ein Checkpoint. Okay. Okay. Gut. Ich hab ihn mal aktiviert. Jetzt nur aus Schutz gegen uns selber. Nein! Jetzt hab ich wieder ein paar Bananen vermasselt. Oh nein, es kommen wieder Pinguine. Oh je, oh je, oh je. Okay. Okay. Na, ist ein bisschen tricky das Ganze. Aber ich denke, hier gibt's noch ein Puzzleteil dafür. Wenn man hier die ganzen Bananen einsammelt. Probier's jetzt einfach mal aus. Probier's jetzt einfach mal aus. So, jetzt dann auf den hier. Ja, sehr schön. Kong wäre komplett. Und dafür? Gab's? Nichts? Okay. Hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen besser vorgestellt, aber gut. Gut, sei es wie sei es, ist eben so. Dann hab ich tatsächlich ein Puzzleteil verpasst. Dann hab ich tatsächlich eins verpasst. Mist! Aber wo das war... Hm. Kann ich euch auch nicht sagen. Aber wenn es jetzt wirklich an der einen Stelle war, dann... Dann... Äh, nee. Ach komm, da hört's dann auf, oder? Da hört's dann tatsächlich auf. Okay, dann... Oh, wieder neues Bonus-Level. Oh, geil. Dass es sowas mal gibt. Aber dieses Bonus-Level ist ja mega einfach. Man muss einfach nur hin und her schießen. Und ich glaub, umso öfter man schießt, umso schneller drehen sich die Fässer und der Inhalt. Also kann ich mir jetzt gut vorstellen. Hat es mal so ausgesehen. Aber nein, haben wir tatsächlich ein Puzzleteil vergessen. Aber wo? Die können das nicht von den Leuten erwarten, dass die an der einen Stelle sämtliches einsammeln. Das ist doch einfach nur krank. Ist wirklich eins, ja. Wirklich, wir haben wirklich eins vergessen. Ich hab jetzt echt gedacht, vielleicht hab ich mich auch geirrt und hab nicht richtig geguckt, aber... Nein. Es ist tatsächlich so. Ein Puzzleteil fehlt. Hm. Okay. Wo könnte das gewesen sein? Das muss... Das kann nur an der einen Stelle gewesen sein. Es kann nur. Aber das fände ich dann schon übel. Aber wie will ich denn das schaffen? So, der Weg wäre offen für das nächste Level. Hab ich gesagt, wir gehen jetzt da einfach nochmal rein. Und schauen, wo sich das letzte Puzzleteil nicht empfindet. Das kann doch nicht so schwer sein. Das Level ist gar nicht so groß. Oder hab ich tatsächlich irgendwas am Anfang vergessen? Ich glaub nicht. Ich hab doch am Anfang alles gemacht, was verlangt war. Okay. Nee. So, das Fass brauche ich in dem Fall ja nicht. Da gibt's nichts zum Aufschlagen. Ja gut, das hab ich ja gemacht, oder? Normal schon hab ich das gemacht. Ja. Dafür gibt's auch bloß eine Münze. Okay. Aber irgendwas hab ich hier... ...konkret oder komplett übersehen. Irgendwas. Aber was war's denn? Hilfst du mir auf die Sprünge, ihr blöden Pinguine? Für was seid ihr eigentlich da? Für gar nichts. Für Blödsinn. So, dann darüber... Von dem hab ich auch... Die Bananen hab ich auch alle bekommen. Also da bin ich mir sicher. Dass ich alle bekommen hab. Und genauso ist es auch diesmal. Und deswegen gab's ja hier... ...die drei Münzen zum Sammeln. Ich mach jetzt einfach nochmal alles, was ich grad eben schon gemacht hab. Ja gut, das Puzzleteil haben wir ja schon. Okay. Aber die können das nicht von den Leuten verlangen. Seid ihr krank? Ich glaub schon, dass ihr alle krank seid. Ich glaube schon. Gab's da unten irgendwas? Nee. Gab's nicht. Auch nichts zum Ziehen? Auch nicht. Nee. Okay. Da unten gab's auf jeden Fall nochmal ein Puzzleteil. Das ist uns ja bekannt. Das werden wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal machen. So, eins. Zwei. Drei. Genau. Und da gab's das Puzzleteil. Okay. Okay. So, dann kam jetzt... Jetzt kam, glaub ich, die Stelle, oder? Ich glaube, jetzt kam die Stelle. Na gut, soll ich da runtergehen oder nicht? Ich glaub, wenn ich runtergehe, dann sterbe ich. Aber komm, ich versuch's jetzt nochmal. Vielleicht schaffen wir's, ja? Also die ersten Bananen kommen hier. Das schafft man doch nicht. Das schafft man doch nie. Wie will man denn das packen? Also bitte. Nee. Ich kapier's nicht. Ich weiß nicht, wo's ist. Vielleicht ist tatsächlich auch da drüben irgendwas. Komm, ich opfer jetzt mal ein One-Up. Aber da ist nichts. Okay. Och, Mann. Ich will doch bloß das blöde Puzzleteil. Aber jetzt hab ich keine Dixie mehr. Naja. Könnte auch ein bisschen einfacher werden jetzt. Mit Dixie-Kong ist es natürlich ein bisschen besser. Alleine. Nur mit Donkey Kong ist es schwieriger. Und nicht gerade wenig schwierig, sondern deutlich schwierig. So, das müssen wir nicht machen. Aber gibt's da irgendeine Methode, dass man die ganzen Bananen einsammeln kann? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Und unten gab's nichts. Also ich glaube nicht, dass man das schaffen kann. Nee. Das kann man vergessen. Also, bei aller Liebe. Aber das funktioniert auf keinen Fall. Nee. Auf keinen Fall. Okay. Dann machen wir's so. Dann werde ich euch das jetzt zum Schluss reinschneiden. Also am Ende vom Part. Dann werde ich euch das reinschneiden, wo hier die... Wo das verdammte letzte Puzzleteil war. Das kann doch nicht sein. Also wenn die wirklich von mir verlangen, dass ich das mach... Dann müssen die alle verrückt sein. Okay. Gehen wir ins nächste. 2-6 Bimmel-Bammel. Bimmel-Bammel-Rabammel-Bumm. Ja. Vier Leben verbraucht. Für dieses eine Level nur wegen dem letzten Puzzletime. Egal. 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 Wir kriegen doch noch viel, viel Leben dazu. Leider geht's bloß bis 100. Also mehr können wir nicht haben. Aber... Wir denken sonst einfach so im Kopf dazu. Oh, die Musik fetzt irgendwie. Yeah. Du-du-du-du-du-du. Geil. So. Da hinten gibt's erstmal nichts. Also immer, wenn man dieses Spiel anfängt, immer einfach mal den Anfang abchecken. Ob's da vielleicht irgendwas geben könnte, was man braucht. So. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber ich hol mir jetzt erstmal einen Partner. Ganz bestimmt. So. Was gibt's da? Ah gut. Da gibt's das Puzzleteil. Okay. Dann kommt man wirklich so gar nicht rein. Ich dachte, man kommt auch so rein. Deswegen hab ich das jetzt erstmal sein gelassen. Aber man kommt tatsächlich nur so rein. Okay. Gut. Meinetwegen. Daneben steht ja auch gleich ein Fass. Also sollte das jetzt kein Thema sein. Nochmal. Nochmal. Kommt da irgendwas raus? Nein. Kommt nicht. Okay. Das ist einfach nur, dass die Tür gesprengt wird, oder? Ja. Oh nein. Nein. Lianen. Oh nein. Okay. Okay. Man muss natürlich auch die Klingel aktivieren. Denn ansonsten hat das keinen Zweck. So. Ich hab jetzt alles eingesammelt, was es hier einzusammeln gibt. Außer. Nein. Eine hat gefehlt. Ach. Serious. Oh. Wenn das jetzt wieder die erste Bananen... Äh. Das erste Puzzleteil war. Hier gibt's nur fünf. Ja. Könnte möglich sein. Könnte möglich sein. Ach. Komm schon. So. So. Okay. Dann hier hoch. Lassen wir uns einfach runterfallen. Sollte ja nichts passieren. Na gut. Komm ich da hoch? Ja. Ich komm da schon hoch. Klar. Ich komm da hoch. Auf jeden Fall. Denn hier gibt's ein Bonus-Level. Und das brauchen wir. Ach. Das ärgert mich jetzt mit der einen Banane. Das ärgert mich aber dermaßen. Komm. Wegen einer Banane. Ich hab sogar einen Gegentreffer einstecken müssen. Ah. Ist doch einfach nur ärgerlich. Ist das wirklich ärgerlich. Ach man. Egal. Komm. Vielleicht lag's auch tatsächlich nicht daran. Könnte auch sein, dass die... Dass das erste Puzzleteil wirklich erst der Bonus war. Könnte sein. Muss aber nicht. So. Was bist du eigentlich für ein Kerl? Mhm. Macht's dir Spaß, uns zu ärgern? Ja. Dafür kriegst du erstmal auf die Mütze. Komm. Die riesen Bananenstau. Die holen wir uns noch. Dann fällt sowieso wieder alles auseinander. Nein. Come on Donkey Kong. Jetzt bin ich wieder alleine. Ach man. Ich mag nicht alleine sein. Ich hasse das. Ich hasse alleine sein hier. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. So. Bäm. Okay. Nochmal. Neuer Versuch. So. Dann aktivieren. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Zu früh gesprungen. Ah. Komm schon. So. Dann runter. Hoch. Hoch. Und. Nein. Das O. Ich brauch doch das O. Ich brauch das O. Davor kann ich nicht weitermachen. Aber ich könnte schon. Aber bringt mir ja nichts. Ja gut. Eigentlich müsste ich es ja sowieso nochmal neu machen. Sollte natürlich ein Puzzleteil fehlen. Und das ist eben nicht ganz klar im Moment, ob das fehlt oder nicht. Deswegen lassen wir das erstmal machen. Wieso falle ich da schon wieder runter? Jedes Mal falle ich da runter. Warum? Der Weg ist doch gar nicht so weit. Ach komm ey. Ich will das jetzt nicht die ganze Zeit wiederholen. Das wäre schon wieder fast schief gegangen. Ja genau. Lass mich noch treffen. Ist klar. Ist klar. So. Nochmal. Auf ein neues. Wirklich im allerletzten Moment muss man da zugreifen. Zugreifen. Okay. 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 Loslassen. Hoch. Perfekt. Komm schon irgendwo mal ein Checkpoint? Ja. Aber dafür gab es wieder nichts. Boah seid ihr gemein hey. Ihr seid ja richtig irre. Okay. Hier gibt es Bananen zum Sammeln. Dann werden wir das doch mal tun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So und jetzt. Was gab es dafür? Nichts. Oder habe ich wieder eine verpasst? Kann natürlich jetzt auch möglich sein. Nein. Oh Mann bin ich dumm hey. Oh komm schon. Das Level macht mich gerade fertig. Ja ein bisschen. Das macht mich irgendwie sauer. Ist da oben eigentlich irgendwas? Nö. Aber da brennt irgendwas. Ob das jetzt so wichtig ist. Ja toll. Und das war's. Also da gibt es echt gar nichts dafür. Okay. Meinetwegen. Meinetwegen gibt es eben dafür nichts. Oh das war knapp. Habt ihr das gesehen? Das wäre jetzt fast schief gegangen. Kann man da runter? Nein. Kann man nicht. Ach komm ey. Aber da unten gibt es auf jeden Fall was. Sonst wäre da unten kein Podest. Oh was soll es da geben bitte? Ich gehe jetzt einfach mal da runter. Ja. Sieht gut aus. Sieht immer noch gut aus. Achso. Ach da kann man rein. Achso. Ich habe das gar nicht gesehen. Oh Mann. Ich doof. Okay. Ach gut. Das Bonuslevel sollte jetzt auch nicht so schwer sein. Also mittlerweile haben wir eine bisschen mehrere Auswahl bekommen an Bonusleveln. Echt gut so. Also wenn es jetzt bei vier Stück geblieben wäre, wäre das ziemlich lame gewesen. Aber so finde ich das schon deutlich besser. So das war jetzt das dritte Puzzleteil. Und zwei Buchstaben fehlen noch. Also könnte auch sein, dass ich nichts vergessen habe. Könnte auch sein. So dann hoch. Alles einsammeln. Muss nichts vergessen. Muss nichts vergessen. Ja. Ja. Gut. Gut. Komm schon. Die auch noch. Komm schon. Und 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 und. Ach wo ist denn das Ende? Okay. Dafür gab es wieder nichts, oder? Ach das darf doch nicht wahr sein. Ach toll. One up. Was will ich jetzt mit dem one up? Weil da oben ist irgendwas. Oder geht es da einfach nur weiter? Ne. Ne. Da oben ist noch was. Ja. Tatsächlich. Oh nein. Jetzt habe ich einen Scheiß gebaut. Jetzt habe ich einen Scheiß gebaut. Ja. Ich hätte ein bisschen. Ich hätte natürlich erst mich mal umschauen sollen. Und dann auf einmal rein stürzen. Aber ne. Ey. Ich einfach mit dem Kopf durch die Wand. Ist doch schnutzpipig egal. So. Jetzt da rüber. Bäm. So. Aber da geht es noch ein Stückchen nach oben. Okay. Ein Scrolling Abschnitt. Ist natürlich nicht so geil. Natürlich hoffe ich. Ach da hinten ist was. Da hinten ist was. Komm. Nein. 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 Ich muss da unten rein. Oder kann man. Ach da geht es lang. Ach so. Okay. Gut. Wir hätten alles. Wir hätten alles. Jetzt brauchen wir glaube ich nur noch das G. Oder? Ja. Ja. Wir brauchen nur noch das G. Das befindet sich da hinten. Und wir hätten alles. Das wir hätten alles. Also habe ich nichts falsch gemacht. Ah. So. Jetzt einfach bloß ins Ziel. Komm. Ist doch schnutzpiep egal. Was es denn damit auf sich hat. Boah. Das war jetzt echt ein schwieriges Level. Würdig. Wirklich schwierig. Boah. Jetzt bin ich schon ein bisschen erschöpft. Also das Level hat mich jetzt schon ein bisschen getrollt. Irgendwie. Finde ich nicht schön. Finde ich nicht schön. Aber im nächsten Part stellen wir uns schon den Endboss. Geil. Wirklich spitze. Und natürlich gibt es auch noch das K-Level. Das habe ich ganz vergessen. Oh je. Oh je. Okay. Also dann sehen wir uns gleich in diesem Level wieder. Denn zum nächsten. Zum letzten Puzzleteil. Genau. Das wollte ich euch noch zeigen. Also bis gleich meine Freunde. So wieder an der gleichen Stelle angekommen. Dann schauen wir mal ob wir es diesmal hinkriegen mit alle Bananen einzusammeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass es daran liegt. Deswegen. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Das natürlich klappen sollte umso besser. Und wenn nicht. Ja gut. Das kann ich schon wieder vergessen. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen dass es wirklich vom Spieler verlangt ist sich hier alles einzusammeln. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Moment. Was ist das? Boah sind die gemein. Schaut euch mal das oben links an. Unter der Anzeige. Mann sind die fies. Da ist ein Bonus Level. Oh mein Gott. Wer will das bitte erkennen? Wer zum Teufel hat sich das einfallen lassen? Der möchte mich sofort anrufen. Damit wir uns mal ernsthaft unterhalten können wir zwei. Das ist doch irre oder? Dass man einen Fass in den Ballons versteckt. Ist doch krank. Einfach nur krank. Und somit wäre es auch das letzte Puzzleteil von den fünf. Ja endlich. Okay meine Freunde. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch wenn es euch gefallen hat. Abonniert nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Bis dann. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.